Ich probiere gerne Farbkombinationen beim Augen-Make-up aus. Besonders angetan hat es mir gerade die Farbkombinationen Braun, Grün und Champagner. Es hat einen ganz natürlichen Look. Überzeuge dich selbst! Untertitelung des ZDF, 2020 Diese Farbkombi spiegelt meine Augenfarbe wieder. Aber auch bei zum Beispiel blauen Augen sieht diese Farbkombi gerade durch den Kontrast super aus. Probier es aus! Im nächsten Video siehst du noch weitere Farbinspirationen. Bis bald, deine Tina.